Hey Leute, hier ist DJ Luz und am 28. Jänner 2012 fahre ich meinen 23. Birthday und das Jahr des Drachen, also mein Sternzeichen. Es gibt Hip-Hop, R&B, House, Wodka, mein Lieblings-Whiskey, Cognac, Absinthe und so weiter, Alkopop und K-Pop mit den besten DJs aus Wien. Und diesmal ganz besonders Live-Games, Live-Auftritte und viel mehr. Also kommt her und feiert mit mir. Am 2.2. gibt es meine After-Party, meine Birthday-After-Party in meinem Wohnzimmer, also im Ramien. Also seid dabei. Ich bin Untertitelung des ZDF, 2020